Das sind die riesigen Weiten der mexikanischen Chihuahua-Wüste. Hier lebten die Apachen ein hartes, aber freies Leben. Der Film erzählt die authentische Geschichte des berüchtigten Massakers von Santa Rita del Cobra. Was habt ihr vor? Seid ihr wahnsinnig geworden? Apache. Ein Film mit internationaler Besetzung. Mit Milan Beli, Kolja Rautu, Leon Niemczyk, Fred Del Mare und Gojko Mittic. Lass dich nicht weg! Pff! Musik Alles harte Männer. Aber schwach im Kampf gegen Fliegen, Bärte, Steine, Wasser und Feuer. Und an manchen Drehtagen auch schwach auf den Beinen. Nun ja, sehen Sie sich ihn an. Apachen. Ein neuer spannender Indianerfilm der DEFA in der Regie von Gottfried Kolditz.